Glück auf Schalke und herzlich willkommen auf Schalke Inside zu den aktuellen S04 News. Beim FC Schalke 04 könnte sich ein altbewährtes Theater wiederholen und das ganz zum Unmut der Fans. Es ist ein großes Theater bei uns Schalkern, die Torwart-Diskussion. Eigentlich machte der aktuelle Stammteiter Martin Freiselt seinen Job noch gut, bis er in den vergangenen Partien plötzlich Unsicherheiten zeigte. Mit dem Torwart-Wechsel auf der Sicht Chef-Trader Gramozzi ist die Dauertstabilität auf der Schlüsselposition. Ralf-Hemmer wurde auf die Bank degradiert, Freiselt zu 0-9, Nummer 1 benannt. Und seine Aufgabe machte der Österreicher zu Beginn mehr als gut, veränderte Gegentore und hielt seinen Kasten vier Spiele in Folge sauber. Ein echter Rückhalt für die Knappen, auch bei den dann nachfolgenden Niederlagen. Zuletzt sah das jedoch etwas anders aus. Angefangen hat es bei der 1-2-Pleite gegen St. Pauli. Ein Flachschuss an Ex-S04-Stimmer Guido Burgstor zu 0-1 war haltbar. Freiselt sah dabei nicht gut aus. Wenig später nannte er eine Spieleröffnung als Querschläger im Seiten aus. Eine Woche später streitet der Keeper beim 4-1 gegen Nürnberg viele Unsicherheiten aus. Die Volkhorus-Szene war, als Nürnberg-Offensivmann Mats Möller-Dehli ihn im Strafhof anlief und Freiselt mit dem Ball in die Füße lupfte. Glücklicherweise konnte er den Fehler aber selbst auch wieder aushebeln. Aber auch die Fans waren erstaunt von diesen Fehlern. Zum Topspiel gegen den HSV war aber natürlich wieder klar, dass Freiselt zwischen den Pfosten steht. Und natürlich war es auch wichtig, sicherlich für ihn sich wieder selber eine gewisse Sicherheit zu geben. Und somit die Frage, wackelt Freiselt, kann man natürlich mit Nein beantworten. Natürlich muss man auch dazu sagen, Ralf Fährmann ist aktuell angeschlagen, der vielleicht auch seine Chance nochmal lauern wollen würde. Aber Freiselt gegen Hamburg wieder sehr, sehr gut gefallen. Abschläge waren, weiß ich nicht, kann ich mich gerade nicht mehr daran erinnern, aber auf der Linie hat er echt eins einmal richtig, richtig gut pariert. Deswegen, er hat auch selber schon angesprochen, nach dem Nürnberg-Spiel, dass da eins der Sachen nicht so gut waren. Und ich glaube, mit ihm haben wir einen Rückhalt, der für die Rückrunde auf jeden Fall mehr als unseren Anforderungen genügt. Und deswegen bin ich froh darüber, dass er gegen Hamburg wieder gezeigt hat, dass er ein wirklicher guter Keeper für uns sein kann. Eure Meinung zu Martin Freiselt gerne mal in die Kommentare. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao und Glück auf an alle Schalker.